Musik So, das war auf jeden Fall schon wieder was. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß, dass Möni ein bisschen zu schwer ist. Also erlaubt sind 8 Kilogramm mit Tragetasche und Möni wiegt, dachte ich, so 10. Dann wurde der gewogen und das war, an dem Schalter saß auch eine, die halt neu war und daneben war noch jemand. Und man hat gesehen, die darf keine Fehler machen, um es alles zu befolgen. Und dann stand Möni auf dem Band und wurde gewogen und war 10,7. Und die so, nee, der ist zu schwer, nee, das geht nicht. Dann ist ja noch der Hund von meiner Mutter mit dabei. Es war dann so, dass die halt viel, viel weniger wiegt. Und so konnte man das ausgleichen. Die meinten zwar erst, nee, das geht nicht. Aber dann hatten die angerufen bei dem, weiß ich nicht wo, keine Ahnung, eben irgendwo angerufen haben, gesagt, der andere wiegt weniger, der andere bisschen mehr. Dann haben wir aber zum Glück gesagt, das ist kein Thema. Und wir konnten durch, das war schon wieder, ich habe mir schon wieder innerlich so die Panik ausgebrochen. Wer dann ja auch meine Schuld, ich weiß. Aber ich glaube dann immer so ans Gute und Ende, das muss irgendwie klappen. Manchmal ist das für mich voll unverständlich, weil man kann über Gepäck und alles dazu rufen. Aber wenn der Hund dann so ein bisschen mehr regt, ist das so schlimm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich bisher immer Glück mit Möni. Der wurde auch, ich glaube, erst jetzt zweimal bewogen und sonst haben die den immer so durchgelassen. Also das ist immer so ein bisschen Glücksspiel. Risiko. Wow. Huch. Hörst du da runter, hörst du? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich schreibe zu Gott. Ja. Majda, du willst mich putzen? Ja. Ja, gehen wir schon mal sehen. Ja, gehen wir schon mal sehen. Ja, gehen wir schon mal. Oh mein Gott, wie schön ist es hier bitte. Ich habe es so durchgemistet. Es ist leider noch ein bisschen kalt, um jetzt ins Wasser zu gehen. Ich werde es trotzdem noch ausprobieren. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, an so einer krassen Location auszukommen. Es ist so schön, endlich mal wieder diese Sonne zu spüren, die Wärme. Und dieses wunderschöne Meer, es sieht ja wirklich krass schön aus. Da vorne war auch gerade ein Lost Place. Ich erinnere das total an Sardinien hier tatsächlich. Ich liebe Sardinien über alles. Sagt mir mal, ob ihr schon mal auf Ibiza wart, wie ihr das so fandet. Och, es ist so schön. Ich glaube, ich muss noch mal ein einzelnes Video einfach am Strand machen. Ich habe noch ein anderes Mikro mit. Und dann einfach, damit ihr noch mehr von dem Wellenrauschen mitbekommt. Das ist so schön. Und ich will es einfach nur teilen. Gott, ich schaff's gut. Das ist wirklich immer eine Quatsch. Und wieder hochschleppen. Und wieder hochschleppen. Und wieder hochschleppen. Ich wollte noch mal kurz den Tag ein bisschen Revue passieren lassen. Also, es ging direkt zum Strand. Meine Mutter hatte sich da was rausgesucht. Ich habe auch eingeblendet, wie der hieß. Ich habe es einfach schon wieder vergessen. Color de Sera. Ich weiß nicht genau, wie man sowas spricht. Also, das war jetzt mal wunderschön. Also, so türkises Wasser. Und ich bin mit den Füßen reingegangen. Und ich habe heute auch schon eine Frau schwimmen gesehen. Aber es ist halt schweinekalt. Ich überlege aber trotzdem, auch noch einmal reinzuspringen. Wie, dass es trotzdem muss irgendwie. Aber es ist wirklich so kalt. Dann haben wir die Runde weggebracht. Sind dann in die Stadt gefahren. Weil wir noch was einkaufen wollten. Ich schaue gerade, wie die Stadt noch wohin ist. Ja, wir wollten zu Lidl. Aber dann sind wir doch erst noch zur Stadt reingefahren. Und haben uns da mal den Hafen und so angeguckt. Und das war in... Ich glaube, das war San Antonio oder so. Ja, das war ein kleines, süßes, kleines, süßes Städtchen. Ich wollte gerade Dörfchen sagen. Ich glaube, das war schon eine Stadt. Also, in der Sonne war es heute wirklich richtig schön warm. Und es war sehr angenehm. Sobald man dann in den Schatten kommt, wird es schon sehr viel wärmer. Äh, kälter. Meine Mutter hat mir was in der Apotheke geholt. Ja, eine Wehrflasche. Mit Sonne, Mut und Sternen. Das ist ultra süß. Denn es ist wirklich kalt hier drin. Weil es gibt keine Heizung. Ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt. Nur so ein... Wie nennt man das? Das ist so ein Ofen, der wird einfach mit Paraffin beheizt. Und da habe ich gelesen, dass das auch Vergiftungsgefahr auslösen kann. Aber der läuft jetzt gerade. Weil es sonst halt wirklich kalt hier drin ist. Also, heute geht's. Es ist auch nicht so viel Wind wie gestern. Deswegen geht's total, weil es ist ja direkt an der Klippe hier. Zum Glück sind hier ein paar dicke Decken. Das Ding ist, ich muss auf jeden Fall... Soll ich euch jetzt schon davon spoilern? Ich möchte mir wieder einen Camper-Wählen holen. Einen kleinen. Aber ja, ich muss auf jeden Fall, Entweder, wenn ich den Camper-Wählen habe, vorher mal mit dem Auto hier hin. Weil man kann auch richtig nice mit der Fähre hierher kommen. Das Traurige ist halt, dass wir vor Samstag wieder fahren. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mal auf Ibiza's irgendwann sein werde, möchte ich ganz, ganz unbedingt zu einem Epi-Markt. Das war wirklich schon ein Traum seit so langer Zeit. Und Samstags ist hier der geilste Epi-Markt. Der Epi-Markt ist auch gefühlt nur 10 Minuten weg, glaube ich. Und den verpassen wir jetzt einfach. Und den anderen gibt's auch noch nicht. Aber ich hoffe, es findet euch trotzdem noch ein paar süße Lädchen, wo ich mir irgendwie ein kleines, süßes Souvenir mitnehmen kann. Das ist ein bisschen sad, aber trotzdem bin ich sehr, sehr froh, hier zu sein. Und genieße es sehr. Und das ist ein bisschen, sehr, 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 sehr. Das ist ein bisschen, sehr, 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 sehr. Warum sehe ich hier schon wieder so viel frischer aus als in Deutschland? Außer meiner Haare. Ich hab meine Bürste nicht mitgenommen, weil ich dachte, meine Mutter hätte eine mitgenommen. Jetzt bürste ich mir mit der Gabel die Haare. Das funktioniert. A little bit. Ja, meine Mutter hat tatsächlich auch keine mitgenommen. Ei, ei, ei. That's my outfit. Sommer. Smit. conteúdo. A MOD42RUTS. Z. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Wer hat denn mit dem Kurs gesteilt? Das war's für heute. Okay, wow. Schon ja die nächste wunderschöne Bucht hier gefunden. Wir waren jetzt an zwei Stränden, wo steht Hunde verboten. Aber man sieht an den Stränden immer ganz viele andere Hunde auch. Bei dem einen sind wir weggefahren und jetzt hier an dem anderen sind einige Hunde. Wir hatten unsere zuerst an der Leine. Und dann sind ein paar, also zwei Hunde auf unsere Hunde so losgesprintet. Und vielleicht kennen die Hundebesitzer das unter euch. Wenn ein Hund an der Leine ist und der andere nicht, ist der an der Leine immer so ein bisschen vorlaut. Dann kamen die direkt und haben sich mega entschuldigt. Aber es war ja kein Thema. Ich weiß, wie das ist, wenn der Hund einfach lossprintelt. Das waren Deutsche und konnte man direkt ein bisschen ausfragen, weil mich hat nämlich brennend interessiert, wie das hier im Sommer ist. Da haben die auch schon gesagt, da ist das wirklich wie Ölsardinen. Oder wie Sardinen? Sagt man Ölsardinen? Sagt man, dass jeder aneinander legt und dass man hier Busse nehmen muss, um herzukommen. Und dass man natürlich auch Ecken findet, wo weniger los ist. Aber dass das jetzt gerade die beste Zeit ist, um hierher zu kommen. Es ist warm. Es ist noch ein bisschen frisch, um ins Wasser zu gehen. So ein, zwei Leute sieht man, die schon ins Wasser gegangen sind. Aber es ist schon sehr kalt. Ja, trotzdem ist es gerade eine sehr gute Zeit. Habe ich gut ausgewählt. Das muss ich immer kurz selber loben. Die sagten aber trotzdem, finden die das wunderschön, hier zu leben. Ich weiß gar nicht, habe ich gesagt, dass die hier leben? Oder ja, die leben hier. Aber dann habe ich noch gefragt, was wir auf jeden Fall gesehen haben müssen. Die sagten, wir sollen uns den Norden anschauen. Und da ist das Airbnb, weil da ist das noch alles zu sehr, wie nennt man das nochmal so, auf dem alten Stand halt. Das ist alles zu sehr natürlich und mir fehlt gerade dieser Fachberuf. Wir ziehen jetzt einfach nochmal weiter. Wir wollen uns heute noch die Stadt Eralia angucken. Wir bringen aber erst noch die Hunde weg, weil, ja, das will ich denen jetzt auch nicht antun. Wir wollen jetzt auch sehr lange mit denen draußen. Das nur mal kurz zwischendurch. Ich bin wirklich so froh, hier zu sein. Ihr glaubt es gar nicht. Ich will gar nicht zurück. Ich habe auch zu den Leuten gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, hier zu leben. Aber erstmal ein bisschen mehr rumreisen und dann gucken, was passiert, weil, ja, von zwei Tagen kann man eh noch nicht sagen, ob man irgendwo leben möchte. Habe ich jetzt aus Madeira gelernt. Genau, weil die Zweifel, die man da anfangs hatte, die haben sich dann irgendwann bewahrheitet. Also, was heißt Zweifel? Aber, ja, habe ich ja schon mal ein Video darüber gemacht. Mal sehen, wo es mich im Leben noch hintreibt, Leute. Ich weiß es nicht. 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 Aber bei einem, habe ich ja erzählt, waren Hunde verboten, an dem anderen auch, aber da waren ja auch dann die anderen Leute und generell ganz viele Hunde, die dort freigelaufen sind. Dann haben wir unsere Hunde auch abgemacht und haben die ein bisschen gespielt. Abends haben wir dann die Hunde wieder zurückgebracht, also spät nachmittags. Die haben ja auch hier immer Siesta, deswegen haben die Landen abends wieder auf. Wir sind dann nochmal nach Aura, gerade extra nachgeguckt, Santa Eularia gefahren und da ein bisschen so umgeguckt. Es sind mal ein paar Lädchen rein und ich habe mir ein paar richtig cute Souvenirs mitgenommen. Einmal und ich habe mich so gefreut, dass die das hatten, weil ja, ich würde ja wie gesagt so gerne auf dem Hippie-Markt, da hätte man halt sowas gefunden, vermute ich mal. So schön, wirklich. Dann, eigentlich habe ich mir verboten, Muschelketten zu kaufen, weil ich einfach genug habe. Aber diese hier hat so Glitzerperlen noch zwischendrin und das fand ich richtig süß aus. Zwei Krokosnussschalen, die innen drin ganz toll aussehen, so perlmutmäßig. Die hat man in sämtlichen Souvenir-Shops gesehen, also ich vermute mal nicht, dass das jetzt irgendwie... Ist halt einfach ein Massenprodukt, denke ich mal. Ist das angemacht? Vermute ich mal, oder? Kann man sowas maschinell anfertigen? Ich weiß es nicht. Das ist richtig schön. Ich hatte erst rot, habe es dann aber noch in lila entdeckt. Ich liebe lila. Mit so einem kleinen, süßen, Elefanten innen drin. Also außer auch ein, zwei Kokosnussschalen, aber halt nur so in diesem originalen Zustand. Dann noch eine weitere Kette, die fand ich auch ganz cute. Mit einer kleinen Schildkröte. Also so bescheuert habe ich oft gesehen. Ihr habt es gesehen und wusste, yes! Das wird mitgenommen. Eine rosa T-Shirt mit einem fetten Glitzerstern drauf. Ich schwöre euch, wenn man das gut kombiniert, das sieht richtig cute aus. Und in echt glitzert das einfach so doll. Eine schöne Erinnerung, darunter steht ja Ibiza. Und last but not least, in einem Laden waren wir namens Spirit of Ibiza. So süße Sachen, wenn ihr auch Edelsteine und so Kram liebt, dann werdet ihr den Laden mögen. Da habe ich mir zwei Ringe mitgenommen und einen Kettenanhänger. Ich finde das einfach eine richtig schöne Erinnerung. Kann man auch später mal und seine Kinder feiern, wenn man nochmal welche hat irgendwann. Das war auch das Ding, als ich allein mit dem Camper unterwegs war, in Italien, bin ich auch an einem Laden vorbeigegangen und habe dann überlegt, soll ich da wirklich reingehen? Das war so eine Apotheke und ich war gerade vorbei und habe dann, mein Kopf hat dann gerattert und dann dachte ich mir, ja, geh rein. Und dann habe ich mir da so einen Armreif geholt, den habe ich jetzt auch mit. Warte mal, das liegt hier. Das war dieses tolle Prachtstück und das ist auch eine richtig schöne Erinnerung. Bin ich auch sehr froh, dass ich das noch gemacht habe. Da habe ich einmal diesen schönen Ring hier. Das sieht mir aus, als wäre das so ein Mondstein oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann natürlich ein Stern. Kleiner Sternring. Fand ich sehr süß. Der war zwischen all den ganzen Ringen mit Stein, war dann plötzlich ein einziger Sternring und musste damit. Dann habe ich mir noch einen Kettenanhänger mitgenommen. Der erinnert mich jetzt einfach an Ibiza, meine Mutter, weil die ist so mit Sonne. Also keine Ahnung, kann ich jetzt nicht alles erklären, aber Sonne erinnert mich immer an meinen Mutter. Sieht so aus. Da mache ich mir dann eine Kette dran. Und die hatten auch einen kleinen Elefanten in so 3D und ich habe überlegt, soll ich den Elefanten nehmen oder diese Sonne? Ich fand den Elefanten so schön und ich wollte, war auch eigentlich auf der Suche nach so einem Elefanten mehr oder weniger. Also ich dachte mir, sie nehme ich mir den mit. Dann habe ich halt diese Sonne gesehen und dachte mir, irgendwie habe ich eine stärkere Verbindung zu dieser Sonne. Der war nach Monde und so. Ich habe auch überlegt, dass ich den Mond nehme. Das war echt schwer, sich zu entscheiden, wirklich. Und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, wenn ich mal irgendwann in Indien oder so bin oder wo auch immer es Elefanten gibt, wo ich bin, werde ich mir da einen Elefantenanhänger mitbringen. Ich habe schon gesagt, man muss eigentlich mal wiederkommen nach Ibiza, wenn hier Sommer ist. Einmal so ein Wochenende zum Feiern irgendwann, aber ich bin sehr froh, dass es so menschenleer gerade ist. Also ich bin froh, dass wir die richtige Zeit erwischt haben. Und es trotzdem so schön warm ist. Dann ist schon Mittwoch, Donnerstag und Freitag fliegen wir wieder zurück. Wie traurig. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. 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 Hallo. Das war richtig, richtig schön, denn da war einfach keiner. Also wir sind wirklich zur perfekten Zeit hier. Das war jetzt nicht der, wie ich gesehen habe, vielleicht so der allerbeste Strand und da schwimmen zu gehen. Super viele Alten waren. Hat mich jetzt noch nicht weiter gestört. Da bin ich ja auch schön ins Wasser gefallen. Zum Glück war es nicht tief und ich konnte mich gut abstützen. Oh mein Gott. Haben wir uns da eine Weile aufgehalten. Und dann sind wir noch mit den Routen spazieren gegangen. In der Airbnb. Mega random. Ihr habt ja gesehen, dass dieser Pool einfach mitten im Wald war. So richtig random. Also da ist kein Hotel. Da ist einfach so ein riesen, das sieht aus fast wie so ein Parkplatz, aber einfach so ein riesen Waldplatz. Keine Ahnung warum da ein Pool. Das ist ein leerer Lost Place Pool. Und dann sind wir in die Stadt gefahren. Nochmal nach Santa Euralia. Wie ist das jetzt? Santa. Ja. Santa Eularia. Genau. Denn, ja, ihr könnt mich für verrückt halten. Aber, ja, ich hab eine Nacht drüber geschlafen. Mich hat ein Anhänger nicht mehr losgelassen. Wie ihr wisst, hab ich mir die Sonne zugelegt. Und dachte mir, okay, da muss auch noch der Mond zu. Weil, den hatte ich auch gestern schon gesehen. Und der schimmert so wunderschön. Das kann man jetzt nicht sehen, aber der schimmert richtig, richtig toll. Und das mach ich mir dann gemeinsam an der Kette. Und dann ist das eine richtig schöne Erinnerung. Dann sind wir da noch ein bisschen gucken gegangen. Die hatte ich gestern schon gesehen. Und da hatte der Laden zu. Die befindet sich hier drin. Und das ist so eine... Das kann man sich irgendwo hinhängen. Mit so Spiegelchen und so einem Stern. Und ich fand das so wunderschön. Dass ich mir das dann noch mitgenommen hatte. Eigentlich hätte ich mir da vorher gerne so die ganze Tübe mitbehang. Mit so mehreren. Aber ich dachte mir, okay, eins reicht jetzt erstmal. Und dann ging es weiter in eine andere Stadt namens Ibiza. Und da wollte ich hin wegen einem bestimmten Laden. Und zwar wegen einer Nischen-Parfümerie. Ich bin ein sehr großer Fan von verschiedenen ausgefallenen Parfüms geworden. Und habe gesehen, dass es dort eine Nischen-Parfümerie gibt. Und ja, und dann bin ich da rein und habe gesagt, ich habe einen Auftrag. Ich brauche ein special ausgefallenes Parfüms. Zum Glück konnten die dort richtig gut Englisch. Ich bin erst an eine Frau da gekommen. Dann hat aber schnell ein anderer Mitarbeiter gehört, wo es sich so drum handelt. Kam dann dazu. Und er hatte so eine krasse Expertise. Also er kannte sich richtig, richtig gut aus. Und er konnte sogar Deutsch komplett verstehen. Selber nicht sprechen, aber komplett verstehen. Ja, da konnte man sich dann hinsetzen wie so eine Art Bar. Und haben einem richtig viele Düfte gezeigt. War super nett. Manchmal ist das so, man kennt das aus den Nischen-Parfümerien, dass die so ein bisschen hochnäsig sind. Oder ja, man fühlt sich da manchmal nicht so wohl. Das war da überhaupt nicht der Fall. Die waren richtig lieb. Haben einen zugehört. Konnten die perfekten Düfte irgendwie raussuchen, wenn man gesagt hat, was man so ungefähr sucht. Ich habe ihn gefragt, ob er die Firma Zoologist kennt. Das sind so krasse Düfte. Ich habe da einen an Zweifel. Einer davon ist Snowy Oil. Und das riecht wirklich wie das Habitat. Es sind verschiedene Tierdüfte, die nach dem Habitat von dem jeweiligen Tier riechen sollen. Und ich habe Snowy Oil und das riecht wirklich nach Schnee. Wie riecht Schnee? Keine Ahnung. Aber wenn ihr das riecht, dann wisst ihr, warum man sagt, das riecht nach Schnee. Und nach so einer Lichtung, nach Kälte. Einfach wunderschön. Der hat auch einen Duft Bee und das riecht, kommt, nee, Honey. Nee, Bee oder Honey. Auf jeden Fall riecht der komplett nach Honig. Aber so authentisch. Ich habe gefragt, ob er den kennt. Einfach so aus randomem Interesse. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du den liebst, dann habe ich was für dich. Und dann gibt er mir einen, Leute, namens Mad Honey. Und die Firma ist neu. Das ist eine koreanische Firma, die gerade neu auf den Markt kommt. Born to stand out. Mad Honey. Das ist Honig gemischt mit Rose. Und das riecht so fabelhaft. Es ist unglaublich. Ich habe einen Tester bekommen, weil ich habe da was gekauft. Ich habe den Namen von dem Duft hier schon wieder vergessen. Aber ich habe einen Tester bekommen. Ich bin so dankbar. Weil das andere war auch sehr teuer. Also relativ teuer. Und ich dachte mir dann so, nee, ich kann mir jetzt nicht noch eins holen. Dann hat er mir noch einen Molekülduft gezeigt. I don't know what he is. Das ist von DS Endorga. Das war auch sehr lecker. Und dann habe ich noch einen Diptyk-Duft gerochen, den ich unbedingt mal riechen wollte. Der Lepapier, unglaublich lecker. Der riecht so richtig milchig. Und so nach diesem bestimmten Reis, nach dieser Reissorte. Der war wahnsinnig toll. Und dann hat er mir noch einen gezeigt, auch von der Firma, wo der Mad Honey von ist. Dirty Rice. Und der hat so lecker gerochen. Oh mein Gott. Und ich sage euch wirklich, geht niemals ins Parfüm-Game rein. Denn das macht euch so süchtig. Und das ist nicht nice. Wirklich nicht. Ihr könnt auch immer gerne vorbeigucken auf Instagram. Papa Duck. Das ist kein bezahlter Werk oder irgendwas. Sondern nur noch eine Empfehlung, wenn ihr mal in Ibiza seid. Dass ihr da mal hingeht, wenn ihr euch für Nischenparfüms interessiert. Weil die haben so ausgefallene Augen, bevor ich es vergesse. Da war ein Duft, Fathom V. Von Beaufort. Der Mann sagte, stellt euch vor, ihr seid in Deutschland. Es hat geregnet. Und ihr geht an einem Blumenladen vorbei. Dann sprüht er das dahin. Und es riecht authentisch nach einem Blumenladen, wo es aber geregnet hat vorher. Der absolute, pure Wahnsinn. Wirklich. Das dazu. Ich müsste eigentlich mal ein ganz eigenes Video zu machen. Ich habe dann noch mitgenommen, habe ich ganz vergessen zu zeigen. Vanilla. Rauchstäbchen. Ich liebe Rauchstäbchen. Aber Vanilla kenne ich noch nicht. Und dann habe ich mir einen Löffel mitgenommen. Weil das die eventuell sind, die man zum guten Assemblance machen kann. Und was ich schon ewig haben wollte, habe ich dort zufällig entdeckt. Dieses Bürstchen. Das hört sich richtig toll an, wenn man das so aufs Mikrodruck drückt. War richtig cool in diesem Parfümladen. Das ist so eine Erfahrung. Die macht man sonst einfach nicht, wenn man nicht in solche Läden geht. Das ist einfach was Besonderes. Keine Ahnung, eigentlich kickt meine Social Anxiety oder sowas immer. Aber die waren so nett. Und das war einfach wirklich toll. Wir wollten eigentlich noch nach dem Parfümladen Sonnenuntergang schauen. Aber da war die Sonne schon untergegangen. Und da machen die Stadt, die da ist. Weil das war so ein bisschen außerhalb. Minimal außerhalb. Zwei Minuten gefühlt. Aber wir sind dann da rumgefahren und haben keinen Park gefahren. Deswegen fahren wir da in Ruhe nochmal hin. Weil es war da durch irgendwie 8 Uhr. Und dann gucken wir uns die Stadt da morgen nochmal an. Da ist auch eine wunderschöne Burg. Ich labere jetzt schon 14 Minuten. Wie lange soll der Vlog hier werden? I'm so sorry. Wie lange soll ich das? Wie lange soll ich das? Jetzt kommt noch die Mörderkurve. Wie lange soll ich das? Wie lange soll ich das? Tschüss! Oh mein Gott, das ist nicht kalt. Oh mein Gott, das ist nicht kalt. Und da sind wir wieder am allerersten Strand, wo wir waren, also am Tag 1, denn ich wollte hier noch zwei Videos aufnehmen. Es ist so wunderschön hier, es ist ja wirklich, und das krasse ist, man ist hier einfach alleine. Auch letztens, als wir hier waren, waren hier nur zwei Leute und dann dachte ich, okay, es ist so schön hier, versuchen wir in unserer Gruppe von heute nochmal her, am letzten Tag, ob ich hier zwei Videos drehen kann. Es ist einfach niemand da, vermutlich ist das vielleicht den Einheimischen noch zu frisch und den Touristen auch, keine Ahnung. Ich war gerade im Wasser, wie ihr vielleicht gesehen habt, mal gucken, ob ich das mit reinschneide oder nicht. Und es ist einfach ein Traum. Das Wasser ist so krisikulier. Da hinten ist noch so eine andere Mini-Bucht, aber es ist wirklich ein Traum. Also ich werde das jetzt nochmal hier ein bisschen genießen. Und dann geht es morgen schon wieder zurück. Ich kann es gar nicht glauben, wir sind viel zu kurz. Wir waren auch heute an einem anderen Strand zuerst, weil wir dachten, okay, vielleicht nehmen wir doch noch einen anderen mit und gucken, ob ich da filmen kann. Aber da war so ein bisschen Baustelle und vier Leute und ich dachte mir so, ah, komm, probieren wir die bei den anderen aus, weil der ist auch so ein bisschen, der sieht so ein bisschen süßer aus, kleine Bucht und das war auch eine gute Entscheidung. Also sind wir wieder zurückgefahren und sind jetzt hier. Heute Abend geht es dann nochmal in die Stadt. Dann gehe ich mir nochmal die Partyweile angucken. Man muss auf jeden Fall nochmal hier hin zurückkommen und ein bisschen Party machen. Ich bin eigentlich gar nicht so der Partygänger, aber irgendwie das stelle ich mir schon geil vor. So ist ja nicht umsonst so, dass du hier so überholst, geile Partys sind. Also Leute, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen Wärme mitgeben und ich kann das genauso sehr genießen wie ich gerade. Oder vielleicht spornt euch das an, auch mehr zu reisen. Keine Ahnung, lasst es mich mal wissen, ob das irgendwas mit euch macht. Und ja, machen wir weiter mit dem Vlog. Ich sprülle die jetzt einfach. Kannst du nicht sehen, wenn du riechst, wenn du riechst, wenn du riechst, wenn du riechst. Darauf geht's nochmal in der Stadt. Da fülle ich mir das Hotel an und einfach eine Leggings. Weiß ich jetzt nicht, wie gut das zusammenpasst, aber das ist gerade irgendwie am chilligsten und ich brauche es gerade chillig. Und oben oben schick. Nochmal einmal die letzte Aussicht hier genießen. Wow, das ist wunderschön, wirklich. Hm, nochmal die Sonne auftanken. Ich brauche einen Camper, definitiv. Ich will wieder on the road sein. Danke, dass du mal mitkommst und freisest. Das ist auch magst nötig. Danke, dass du mal mitkommst und freisest. Danke, dass du mal mitkommst. Dramatisch. Danke, dass du mal mitkommst. Dramatisch. Dramatisch. Danke, dass du mal mitkommst. Dramatisch. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich So, am Suchen. Die Koffer sind gepackt und dann geht man zurück, deswegen... ...mache ich jetzt schon mal das Outro bei dem Stress morgen, den will ich nicht mitfühlen. Falls auch irgendwie der Himmel gerade besonders schön aus diesem Flugzeug dann was los, dann werde ich mich natürlich teilhaben lassen. Aber, na komm her. Wie ihr gesehen habt, waren wir heute am Strand und das war richtig, richtig toll, da nochmal die Seele baumeln zu lassen. Die Seele baumeln gelassen zu haben, war richtig schön, nochmal den Moment genießen, auch der Schwung ins kalte Nuss. Das war richtig erfrischend und mich wieder richtig belebt und lebendig gemacht. Ja, und danach haben wir die Hunde weggebracht und sind dann nochmal in die Stadt gefahren, nach Olvisa. Wir haben uns da einfach nochmal ein bisschen umgeguckt. Wir sind zu der Burg gegangen. Das war wirklich so eine richtige Ritterburg und das gehört auch zum Kulturerbe wohl. Weltkulturerbe. Das war sehr interessant und hat sich wirklich ein bisschen gefühlt wie im Mittelalter plötzlich. Dann bin ich noch in einen Laden rein und oh mein Gott, dieser Laden war mein Untergang. Wenn ich schon nicht auf dem Hippie-Markt kann, dann habe ich in diesem Laden zugeschlagen. Nein, nicht zugeschlagen, aber die hatten sämtliche Edelsteine. Ich habe mir jetzt tatsächlich keinen Edelstein mitgenommen, weil ich habe schon einige und wenn ich nochmal hier bin, dann nehme ich mir bestimmt auch nochmal einen Edelstein mit. Aber dafür habe ich mir andere tolle Sachen mitgenommen, die ich euch nochmal kurz zeige. Ich habe mir da einmal mitgenommen ein wunderschönes Notizbuch, auch wenn man sich selten Notizen macht, muss ich ehrlich zugeben. Fand ich das so schön. Oh mein Gott, es gab ganz verschiedene und ich habe mir dieses hier ausgewählt. Wie toll sieht das bitte aus? Und auch der Duft, das riecht komplett nach diesem Laden und so. Da war auch alles voll mit Räucherstäbchen und so. Dann fand ich dieses Portemonnaie richtig schön mit dem Grün und den ganzen Zeichen immer drauf. Da drin befindet sich ein Armreifen, den habe ich da gerade reingetan. Ihr wisst ja, ich habe mir einen von meiner Camper-Tour mitgenommen, auch ein Armreifen und irgendwie... Vielleicht mache ich das zu einer kleinen Tradition, andere sammeln Magnete. Ich nehme mir Armreifen mit, in einem Mond, in so einem Stein. Wunderschön, wirklich ganz, ganz toll. Dann habe ich mir für aßen mehr Zwecke, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist ein Armband, habe ich mir das hier mitgenommen. Weil es irgendwie ganz tolle Geräusche macht und die hatten da auch wunderschöne Fähne, die es später war. Ja, das habe ich mir jetzt nicht mitgenommen. Das ist jetzt eingepackt und ich will es jetzt auch eingepackt lassen. Ihr habt das im Video gesehen, wenn ihr darauf geachtet habt, das ist eine Fee, die unter einem Piste ist. Denn ich liebe Feen und ich liebe Pilze und ja, das hat man mir geschrieben um mein absolutes Highlight. Ich weiß noch nicht, ob wenn ich mal einen Camper habe, wo ich mir das irgendwie in den Camper hänge oder ob ich mir das zu Hause irgendwie an die Wand hänge oder irgendwo hinlege auf die Kommode. Ich weiß es noch nicht. Das hat 55 Euro gekostet, aber ich konnte nicht daran vorbeigehen. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, brauche ich das, möchte ich das wirklich haben. Aber das ist so eine schöne Erinnerung. So ein kleines Tischlein, Decklein, whatever. Das glitzert auch so schön und die Farben, ich fand das so toll und ich hätte das 100% bereut, hätte ich das nicht mitgenommen. Also wirklich aus diesem Laden hätte ich alles mitnehmen können. Die hatten auch wunderschöne Schälchen, Schmuckkästchen. Wirklich alles auch total schöne Kisten, beziehungsweise ich muss mich da wirklich zusammenreißen. They want it. Und ich hoffe so sehr, dass euch der Vlog gefallen hat. Ja. Lasst mich unbedingt wissen, wie ihr den Vlog fahrt. Wart ihr selber mal viel Pizza. Ich habe mal wieder verliebt, also ich könnte morgen losziehen und hier entziehen. Ja, aber ich habe ja durch Madeira gelernt. You need to wait a little bit and see how it goes. Also, keine Sorgen, ich werde nicht morgen umziehen. Erstmal den Camper fertig machen und dann gucke ich mir nochmal die Wälder ein bisschen mühli und ich. Wuppala. Und sagen Ciao. Ich hoffe, du wirst morgen mitgenommen. Denn der Freund wiegt ja ein bisschen zu viel, ne? Aber das kriegen wir schon hin, dafür wie die anderen wieder. Und sage Ciao. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Vlog. Ciao. 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 Vielen Dank.